Grüezi miteinander und herzlich willkommen und wir sind wieder zurück bei Race On. Ja, hat jetzt auch eine längere Pause gehabt. Hat sich auch einiges verändert. Man hört mich auch am Ton. Ich benutze jetzt ein Headset seit diesem Jahr. Ja, und Race On geht weiter. Wir haben da noch eine Saison fertig zu bringen und starten jetzt zum Rennen nach Deutschland in Oschersleben. Ja, ich möchte mich entschuldigen schon mal an dieser Stelle für das Rennen von Monza. Das zweite Rennen, wo ich so ausgeflippt bin. Ich bin immer bemüht, dass solche Überreaktionen nicht auftreten. Aber da ist es passiert an dem Rennen. Da habe ich mich so geärgert, dass ich da mal meine Emotionen frei rausglasse habe. Sorry an dieser Stelle, wen es geärgert hat. Und Grüße an den Kenny und an den Valvorik, die mir so nett kommentiert habe und auch kritisch kommentiert habe zu den letzten Rennen. Der Beißler muss sich bessern und vor allem weniger crashen. Was er in Grand Prix 2 ja auch nicht geschafft hat. Aber gut, ich gelobe Besserung. Ich habe es dem Kenny ja auch schon gesagt. Bei einem Together. Ja, und dann schauen wir uns mal an, wie wir in die letzten drei Stationen gehen wir rein. Und da führt momentan noch der Beißler mit 78 Punkten. 20 Punkte vom Thiago Montero. Dann der Ricard Riedel mit 56. 58 Montero, 650 Riedel, 51 Ivar Mouler. Das sind so die härtesten Konkurrenten. In der Marken-WM. BMW mit 210 vor 201 Seah. Dann Chevrolet, Alpha und Audi. Und dann gehen wir doch einfach mal rein. Oschers Leben ist die nächste Station im Rennkalender. Die ist drittletzte. Wieder Qualifying in diesem Part. Und es gibt eine Neuerung. Die Rennen werden nicht mehr in separaten Parts gezeigt. Sondern ab jetzt werden die Rennen in ein Part zusammengeschnitten. Beide Rennen und nur noch Qualifying. Und beide Rennen sind jetzt ein Part. Das mache ich einfach auch aus Zeitgründen. Weil mir das einfach auch viel Schneidarbeit ist. Ich mache das gern. Aber manchmal. Ich bin ja noch berufstätig. Ich muss ja auch noch Geld verdienen nebenher. Ist es dann zeitig nicht so möglich. Und mein Laptop mit dem ich die Videos mache. Der braucht halt auch. Und ja. Ich habe mir jetzt auch einen neuen Racing Handschuh gekauft. Heute im Karstadt. Weil die andere habe ich gerade eine Waschmaschine. Ja. Die sind von Adidas. Ich möchte jetzt aber keine Schleichwerbung machen. Sondern ich möchte jetzt einfach mal ins Qualifying. Ich hoffe ich kann das noch mit dem Lenkrad. Denn ich habe es ja an der Bandscheibe gehabt. Vor zwei Monaten. Und da habe ich lange nicht mehr mit dem Pedal. Ich habe jetzt auch durch meinen neuen Gaming PC ein bisschen umbauen müssen. Das ist jetzt also diese ganz doofe Sitzposition. Ich muss gucken wie ich das jetzt mache. Und das Kabel da von dem Headset. Also das nicht einquetscht. Und ich denke das werden wir einfach im Qualifying sehen. Da gehen wir einfach mal rein. Ich denke man. Ich hoffe der Ingame Sound ist nicht zu laut. Oh. Da kommt mir schon der Jörg Müller raus. Ich hoffe ich habe es nicht verlernt das Fahren. Ich habe gerade noch einen Soundcheck mit zwei Testrennen gemacht. Ja da habe ich schon mit dem Verlernen. Ja jetzt kommt eine Strecke. Die ich ja angekündigt habe mit Oschas Leben. Dann kommt glaube ich noch Manikur. Und am Ende Macau. Die sehr schwierig werde jetzt. Auf dem Weg zum Weltmeistertitel in Race On. In Grand Prix 2 ist es der Beißler ja schon geworden. Kann ich vorab schon verrate. Aber die Rennen kommen. Race On wird wahrscheinlich vor dem Grand Prix 2 fertig sein. Jetzt habe ich dort zu viel verrate. Also auf jeden Fall fahren kann der Beißler ja noch. Ja wir sind in Oschas Leben. Das ist eine Strecke in Ostdeutschland. Die wurde 1997 eröffnet. Nach ein Jahr knapp Bauzeit in der Magdeburger Börde. Also das ist bei Magdeburg in der Nähe in Sachsen-Anhalt. Das ist eine tolle Rennstrecke. Ich finde sie gar nicht so schlecht. Sie ist auch eine DTM Strecke seit 2000. Und Beißler hat es schon im Gefühl. Der kann immer noch fahren. Man merkt es. Ich hoffe die Bandscheibe macht es mit. Die komische Sitzposition hier. Vielleicht muss ich mir da noch bei Gelegenheit etwas einfallen lassen. Ja 20 Punkte. Das sieht nach viel aus in der WTCC. Aber mit dem Punktesystem und dem doppelten Rennen nicht sehr viel. Denn da knallt mir schon einer drauf. Hallo. Wir sind hier nicht in der Crash Competition von Beißler. Sondern wir sind hier in der WTCC. Auch wenn ich das bei Grand Prix 2 auch manchmal vergessen habe. Dass wir da nicht in der Crash Competition sind. Fühle mich schon mal sehr gut mit den neuen Racing Handschuhen. Man merkt dass die neu sind. Vielleicht bringen sie auch die entscheidende Zehntel. Und wir sind im Qualifying. Ziemlich früh muss ich da runterbremsen für die Schikane. Das hat schon mal sehr schön geklappt. Ja das ist eine der Strecken die sehr fahrerisch schwer zu fahren sind. Hier zum Beispiel eine Stelle die nicht sehr gut gegangen ist. Also in Oschersleben da wird schwer werden. Deswegen umso ärgerlicher dass in Brünn damals das Lenkrad aus der Verankerung gefallen ist. Und in Monza dieser Wutausbruch war. Das hat natürlich Punkte gekostet. Und die nächsten Rennen werden nicht einfacher. Obwohl ich vielleicht in Manikur nochmal Chance habe. Dann im vorletzten Lauf. Mehr Punkte zu holen als es hier in Oschersleben möglich ist. Da fliegt er ab der Weißler. Und da knallt mir ein Seat an der Seite drauf. Danke. Das heißt also jetzt Schwung nehmen. Radaufhängung scheint ein bisschen was mitgenommen zu haben. Dann die Schikane hier. Die der Weißler souverän anbremsen muss. Ich hoffe ich kriege auf meinen neuen. Ich spiele immer noch mit dem XP Computer die Saison zu Ende. Weil da die Saison noch drauf ist. Werde dann zur zweiten Saison auf meinen neuen Gaming PC wechseln. Muss da aber das Lenkrad erst noch einstellen. Der Lenkeinschlag. Obwohl den könnte ich mir eigentlich hier abgucken. Dann habe ich den eigentlich wieder drin. Mensch auf die Idee hätte ich auch kommen können. Gerade eben noch. Da werde ich schon wieder torpediert. Oi oi oi. Was erwartet uns da für ein Rennen. Wenn er von hinten das Feld aufrollen muss. Der Weißler. Das heißt viel früher vom Gas in Oschersleben. Als das üblich ist. Auf manch anderen Rennstrecken. Und die Zeit kann natürlich nicht gut sein. Bringt letzter Platz. War so klar. Weil das war eine schlechte Zeit. Das heißt ich muss hier schon bremse. In den dritten Gang runter. Lenkeinschlag durchdrücke. Dann hier. Mal gucken ob der Weißler die entscheidende Zehntel noch aufholen kann. Das ist nicht einfach. Weil die Strecke ladet auch zu Fehler ein. Wie wir ja schon gerade eben gesehen haben. Also es ist nicht unbedingt eine Strecke die mir gut liegt. Sagen wir es mal so. Es ist aber auch keine Hassstrecke von mir. Es ist so. Und da muss der Weißler. Kommt ja auch vor einer Verletzungspause. Vom Bandscheibenvorfall. Muss auch erst wieder in den Tourenwagen reinfinden. Das heißt es ist alles nicht so einfach. Die neue Pedalposition. Die neuen Regeln die da ein. So da ist der Weißler rausgesegelt. Hat die Zeit sich jetzt kaputt gemacht. Zu weit auf den Randstein gekommen. Ich hoffe das klappt jetzt auch mit der Aufnahme. Also die Zeit ist schon mal ein bisschen besser als die Chaotenzeit von gerade eben. Weil ich mich ja nur einmal gedreht habe. Ich muss also schon vor dem Schild bremsen. So da ist der Poller der jetzt wegfliegt. Kann das Auto halten. An der Atari und Eurosport Werbung vorbei. In den zweiten Gang runter. Einlenken in die letzte Kurve. Das gibt eine Zeitverbesserung. Eine satte. Aber sie wird nicht für weit vorne reichen. Nein. Kann sie nicht. Ich würde mal sagen wir gehen zurück in die Box. Wollen wir da zurück in die Box erstmal. Gucken was wir da am Setup machen können. Es wartet uns ja wieder sieben Runden. Die Reifendrucken bis mehr höher. Die Stabilisatoren bis mehr. Die Federn mal ein bisschen höher. Reifensturz. Gehen wir mal in die Rennüberwachung. Wer gerade Akte auf der Strecke ist. Der Beißler, der Letzter. Der Zanadi. Der Beißler, der Letzter. Der Zanadi. Der Diaste. Der Jörg Müller. Der Larini. Der Andy Prio. Dann der Iva Mouler. Der Rob Huff. Der Genet. Der Augusto Fafus. Dann der Andersson im Audi. Der bisher die einzigen Audi-Punkte geholt hat. Riedel. Alaminü. Monteiro. Eitagbitter. Ibrahim Okea. Thielemans. Romanov. Engstler. Simonsen. Dann Aoki. Paulsen. Christopher. Portero. Lofov. Und der Beißler. Ja, was macht der Beißler? Ich denke, er geht nochmal raus. Sollte mir das auch nützen. Dann der Beißler plant ja auch eine zweite Saison. Wer wiss es ja. Und er will ja auch vielleicht das Team wechseln. Ich habe ja auch noch Überlegungen vielleicht bei Peugeot zu fahren. Ja, jetzt will ich das Headset-Kabel fast mitnehmen. Ja, jetzt einen günstigen Moment erwische. Ja, super. Die Boxenausfahrt schon getroffen. Also Oschersleben wird kein Glanzrennen werden. Hm, die 20 Punkte können schnell weg sein. Aber die Konkurrenten, haben wir gesehen, sind auch bis jetzt nicht gut im Qualifying. Also die Chance ist da, dass wir da vielleicht auf jeden Fall erster bleiben. Dann ist die Hoffnung auf Manikur im vorletzten Rennen. Ich weiß nicht, ob es Manikur war oder das Curitiba-Oval. Das könnte sein, dass das Curitiba-Oval. Es ist Meisterschaftsrunde sieben. Dann haben wir sogar noch vier Rennen. Sieben, acht, neun, zehn. Dann haben wir sogar noch vier Rennen. So, einmal probiere ich es noch in diesem Qualifying. Ich will den Qualifying-Part nicht zu kurz werden lassen. Da kommt ja laut Uploadplan immer, dass auch am Mittwoch was drin ist. Ah, das wird nichts. Die Strecke ist nicht so meins. Und die Position ist es auch nicht, auf der ich fahren muss. Dann geht's. So, ab auf die nächste Zeitrunde. Wichtig am riskantesten ist diese erste Schikane, wo man schon früh bremsen muss, um da perfekt in diese Schikane eingelenkt zu bekommen. Also das heißt, es wird... Oh je, je, je. Muss ich jetzt noch eine Runde fahren? Ach komm, nee, oder? Also eine fahre ich noch und wenn ich dann es nicht hinkriege, lasse wir es. Weil ich sehe, hier ist nicht mehr zu hole. Dann ist der Fokus gleich auf die Rennen. Jetzt haben sie mir die Runde aberkannt, diese Penners. Nur weil ich ein bisschen über den Rand steige. Also das ist das Einzige, was ich an dieser Strecke nicht mag. diese erste Schikane. Und da wird es halt beim Start sehr schwierig, weil wir sehen, der Beißler wird wohl von ganz hinten starten müssen. Und das ist natürlich schwierig für den Beißler, das dann auch so in den Griff zu bekommen, dass er da auch ordentlich fahren kann. Oh je, das wären sieben lange Runden in beiden Rennen. So, Beißlers letzter Zeitangriff. Und dann müssen wir es einfach jetzt hinbekommen, eine ordentliche Runde zusammen zu bringen. Hinter mir staue ich jetzt schon alles zusammen. Letzter bin ich momentan. Das war ich auch schon ein paar Mal auf einigen Strecken dieses Jahr. In dieser Meisterschaft. Ja, diesmal habe ich den Teller erwischt, den Ludwig Teller. Auch sehr tückische Falle für ein DTM-Fahrzeug. Ja, sauber durch die Kurve gekommen. Abbremsen in den zweiten Gang. Auch die, das war die Stelle, wo Robert Wickens von Spengler abgeschossen worden war in der DTM letztes Jahr. Wo wir jetzt durchgefahren sind. Runter in den vierten Lenkeinschlag. Jawohl, passt. Die Stelle hat der Beißler bis jetzt nicht hingekriegt. Aber vielleicht ist das so einer, der Beißler. Wenn es darauf ankommt, dann kann er es. Das wäre natürlich jetzt in dieser Zeitrunde, die alles Entscheidende, wäre es natürlich jetzt wichtig, dass er da mal jetzt die Schikane, die hat er schon hinbekommen. Ist Torpedierungsgefahr. Die versuchen einen zu torpedieren. Da romme ich ein bisschen raus. Jawohl. Alles in einem, aber bis jetzt die saubere Runde vom Beißler. Da kommt das Bremsschild. Man muss schon früher bremsen. Und dann das Auto wirklich auf Kontur zu bringen. Jawohl. Das ist mal eine ordentliche Runde. Davon muss ich aber noch sieben hinbekommen. In beiden Rennen. Wenn es hier um Punkte geht. So, jetzt aber die letzte Kurve. Einfahrt. Sauber erwischt. Wo wird die Zeit stehen bleiben von Michael Beißler? Wo kann er noch hin? Ah, er ist immer noch letzter. Ja. Da habe ich zu früh gebremst. Schade, schade. Da habe ich das Qualifying verhauen, liebe Zuschauer. Da habe ich die Ziellinie falsch gedeutet. Und das war es dann für einen Beißler. Ich denke, da ist nichts mehr rauszuholen. Schade, schade. Da habe ich die Ziellinie jetzt selbst verhauen. Das hätte vielleicht noch zwei Plätze nach vorne gehen können. Gehen wir mal den Überblick, wer alles vorne ist. Zanadi geht auf Pol. Zweiter, die Erste. Dritter, Jörg Müller. Vierter, Larini. Fünfter, Andy Prio. Sechster, Iva Muller. Das ist der gefährlichste jetzt nach diesem Qualifying der WM. Rob Huff auf sieben. Achter, Rodi Genet. Der hat auch nicht mehr wirklich WM-Chancen. Neun, Augusto, Fahrfuß. Zehn, da Matthias Andersson. Elf, Ricard Riedel. Der WM-Dritte. Alaminü. Tiago Montero, der WM-Zweite. Nur auf 13. Also gute Chancen. Noch nichts verloren für den Beißler. Aitak Bitter. Ibrahim Okea. Thielemans. Romanov. Engstner. Simonsen. Portero, Christian Paulsen auf der 21. Dann, was hat er gefahren? Oh, 1,43. Ah, okay. Da komme ich gar nicht dran. Christopher, Lofov und der Beißler. Ja, ich denke. Jawohl. Und dann würde ich mich von euch verabschieden. Und wir sehen uns dann beim Rennen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, man hat mich mit meinem neuen Headset gut verstanden. Ist alles noch in der Einprobungsphase. Ja, und dann sehen wir uns zum Rennen wieder. zu den beiden Rennen aus Oschersleben. Und dann sage ich, keep racing. Bis zum Rennen. Euer Bundesbeißler.